Yo! Seid mir gegrüßt meine Freunde! Willkommen zurück zu das The God of War! Nordische Mythologie, also der 2018er God of War, der wie gesagt keinen Humor oder keinen Untertitel nicht hat. Und ja, die Energie lassen wir noch für weitere Zeiten liegen. Ja, hier, wie gesagt, wir haben hier im letzten Part diese Fackel entzündet, da war ein Dings zum Lesen dran und wir haben im letzten Part eine sehr berühmte Subur der Nordischen Mythologie kennengelernt, Jörg Mungandre, die Weltenschlange, die wir hier sehen. Da ist er, Jörg Mungandre, die laut der Nordischen Mythologie, die Schlange, die halt die komplette Welt umspannt und sich in den eigenen Schwanz sozusagen beißt. Oder Schweif oder, wenn es ihr wollt. Ja, hier können wir auch noch nicht machen. Aber der kamer wird eher spät, aber warum? Also hier werden sich noch Dinge verändern und indem sie noch können wir, wie gesagt, bei Weib noch nicht viel machen. Sollen wir hier anlegen? Achso, hier können wir kurz mal anlegen. Die haben wir auch schon mal wieder ein bisschen Geld. Die hier ist... Nö, die da sind. Ah ja, hier seht ihr, ist auch so eine Markierung, aber... Nö, geht noch nicht. Ich will ja noch nicht zu viel spoilern. Du musst mich zusammenreißen, nicht zu viel zu spoilern. Hey, noch eine Feuerschale. Du möchtest sie bestimmt entzünden. Darf ich? Okay. Wie soll er diese Schlacke... Ah, okay, den können wir schon mal machen. Oh, das ist Treffen. Wie gesagt, bei dieser Schlacke ist in der Regel immer irgendwo so ein Kanister. Manchmal gibt es auch andere Möglichkeiten, aber... Mal hier. Oh, ja, Artefakte. Ja, ja, denn diese... Schiffs-Bug-Verzierung... Beim Erkunden des Sees der Neuen fanden wir diese schöne Galleonsfigur... Ah ja, Galleonsfigur, genau so sagen wir das zu. Galleonsfigur. Möglicherweise ist das die... Ist die das letzte Überläufsel eines Abenteurer-Schiffs. Oft zwischen all diesen... Ob zwischen all diesen Fracks und Stränden noch mehr zu finden sind, vielleicht... gibt uns Sprock etwas... Hacksilber für sie, genau. Neun Stück gibt es, wie ihr seht. Eine weitere... Ja, Arte... Ja, da gibt es sehr viele von... Neun Stück von... Ja, da gibt es in... So ziemlich jedem Gebiet gibt es irgendeine Sammel... Okay, da ist die... Ja, manchmal sind die gut versteckt... Oder können auch andere Wege gehen... Um den Dinger wegzuspringen... Aber es gibt in der Regel immer irgendeine Möglichkeit... Und hier sehen wir... Mal wieder eine eingewachsene Truhe... Ah ja, hier können wir runter... In dem Ding... Ah, das wollen wir jetzt, glaube ich... Mal später... Jetzt erstmal, glaube ich, hier oben rauf... Sollten nicht denn können, ja... Alles voll Muscheln und so, ne... Die Schiffe wachsen ja... Da sind... Da siedeln sich ja Muscheln denn an... An den... Zweite Dinge an denen... Brühe aus Holz... Junge... Hierher... Ja, Vater... Ja, Vater... Ja, Quäkir... Mach dich bereit... Ah, okay, Leute... So, jetzt kann ich sie doch wieder abkämpfen... Den kann man nicht mehr abkämpfen... Die haben rote, wie ihr seht... Rote Falken... Äh, warum geht die denn so schnell tot? Äh... Oh... Achso, ja... Jetzt kommt irgendwann hier vor, dass sie so'n... So'ne Barriere sich bauen... Ich glaube es nicht... Seid ihr beide... Lebendig? Noch ein Geist... Ja... Benimmt sich wie ein Schatten... Nutzt... Hehl-Schatten-Sperr... Aha... Nutzt aber Eismagie... Statt... Seidere Magie... Definitiv ein Hehl-Läufer... Die Abbringer trat... Hallo... Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal etwas auf den Inseln gesehen habe, das nicht tot oder verdorben war... Wie meinst du das? Die Verwüstung, Kind... Sie sucht dieses Land heim und wird mit jedem Winter schlimmer... Kennst du ihre Ursache? Ich vermute, es hat mit dem Erscheinen der Weltenschlange zu tun... Zusammen mit der anschließenden großen Flut... Viele ertranken... Ich selbst auch... Kurz darauf erschienen die Toten... Brauchst du irgendwas von uns? Junge... Ich wollte nur wieder mit jemandem reden... Ein Wunsch, den du erfüllt hast... Danke... Verdorbener Überrest... Legendär... Ich gewisse Überrest... In einer... Im Meer verlorenen Seele... Damit kann der... Vielseitige... Vielseitige Kriegsgriff... Verbessert werden... Gut... Gutt... Äh... Boah... Der Kiener... Gut... Ja, dann rutscht man hier mal runter... Und dann... Ja, wie gesagt... Das geht gar nicht... Achso, ne... Natürlich geht das noch... Ja... Das geht natürlich noch nicht... Äh... Ja, dann fahren wir mal weiter... Wie gesagt, viel können wir im Moment noch nicht... Also, wir können wir noch nicht machen... Wie gesagt, das Spiel ist... Ja... Interessant aufgebaut... Man kann zwar... Hin und wieder... Eigenständig erkunden... Und schon einige Nebenquests... Und weiter lösen... Jetzt hab ich dir über das Hilfe leisten gesagt... Lass es... Korrekt... Aber könnten wir nicht... Das ist keine Diskussion... Lerne dich zu konzentrieren... Unsere Reise muss deine einzige Sorge sein... Aber was ist wenn sie uns helfen können? Der eine schien etwas über den See zu wissen... Und wie hilft uns das bei unserem Ziel? Wissen wir erst, wenn wir fragen... Ich glaub hier... Ja, hier können wir schon hochfahren... Hier oben... Genau... Hier ist es ein... Oh... Oh... Maske... Ja... Hier ist wieder... Auf so'n Tor, ne... Ja... Und hier... Die Dinger kann er noch nicht lesen... Tja... War ein Versuch... Ja... Und das hier... Ist ein sogenannter Weltenriss... Und in den meisten von ihnen... In der Tat sind sie... Höftige Gegner... Gott, oh nein! Ja... Also wie ihr seht... Selbst im... Leichten Schwierkeitsgrad... Sind wir sofort tot... Also lassen wir das mal noch... Da brauchen wir... Da müssen wir uns noch ein bisschen... Besser ausrüsten... Und stärker werden... Das machen wir später... Das hat einfach noch keinen Sinn... Wir sind sogar zwei von den Typen... Das ist der Junge... Ah... Das sind... Doch tieferen Sinn... Und das ist... Das ist gar nicht... Ohne waren das noch... Also... Auch jetzt... Ohne Bedeutung... Es gibt neun dieser Türme... Nein, stimmt... Es gibt nur acht... Einer... Nur acht Türme... Aber eigentlich sollten es neun sein... Warum heißt der auch... Der See der Neuen... Was die für eine Bedeutung haben... Das werden wir alles dann sehen... Und hier... Versperrt die Schlange... Noch einen Weg... Wo wir auch noch nicht... Allzu viel... Machen können... Alles gelungen... Die Weltenschlange ist sogar hier... Sie ist wirklich groß... Ah... Hier gibt's Gold... Hier kann man auch noch nix machen... Das ist wirklich gigantisch... Wollen sie auch sein... Wenn sie die ganze Welt umspannen... Wo war... Da können wir auch noch mal anliegen... Oh... Nein... Oh nein... Ja... Hier seht's schon... Ja... Hier seht's schon... Und... Wir haben uns ja kaum berührt... Und... Und was... Die Feuerschale... Wenn es sein muss... Und was... Die Feuerschale... Oh... Wenn es sein muss... Oh... 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 Es ist egal... Oh... Warum... Jetzt stehen... Ah, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Das ist ein bisschen Dreck, ey. Hallo! Oh, ich sollte den Schwingen lassen. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft! Nein, ey, du Hupen, äh, du Hupen, da oben drauf sitzt eine Krähe. Wo sind wir denn jetzt hier am... Danke. ...vergessene Höhe. 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 den weißen punkt gegen den weißen ist natürlich sehr schwierig ziel ich versuche gerade um zu schreiben wo die rauben so sind bei allen durchgang bei dem leuchten nachfolge ich nicht gemacht weil das auch viel ein was sie zu finden aber ja natürlich müssen wir jetzt hier noch kurz gucken was er hier will ich will die auch hier wegstecken Hey, jetzt hilft mir doch. Diese toten Hescher haben mich vor vielen Wintern ertränkt. Ich wollte sehen, wie sie ihre Strafe bekommen. Du bist nach der Überschwemmung gestorben? Das bin ich. Ich kam zum See der Neuen, um Teels Tempel zu plündern, doch ich unterschätzte die Schwere der Verwüstung. Hast du noch andere Männer gesehen? Lebende? Einwärtigen mit Tätowierungen? Nur den, der gerade vor mir steht. Danke, dass ihr meinem Tod gerecht habt. Machen wir uns aus. Wie war das? Hast du wohl recht, mein Junge? Aha, hier haben wir noch eine ganz besondere Truhe, dann haben wir hier noch. Oh, ein weiteres Atefakt. Weiterer Schiff. Kalionsfigur. Drei schon, ne? Und hier eindeutig sind wir eindeutig Zwergenarchitektur, nicht wahr? Sollt ihr euch vertraut vorkommen, wenn ihr Herr der Ringe oder sowas kennt. Ja, das hier ist eine, jetzt kann ich aber nicht einen eigenen Namen. Ein Cool, die hat so ein Schädel da dran, ne? Da drinnen befindet sich, glaube ich, eine Sprachchiffre. Muspelheim, Muspelheim Schiffre. Die Welt des Feuers. Die Welt des Feuers. Muspelheim Schiffre 1 und 4 gefunden. Genau, wir müssen 4 Stück davon finden. Ne, die geht nicht mal unter legendäre Truhen. Komisch. Ja, hier muss man irgendein Rabe sein. Und irgendein Gefallen muss hier noch sein. Aber ich kann sein, dass ich so jetzt alles unter Wasser bin. Bei der Rabe könnte das eigentlich schon sein. Ahnung. Naja, vielleicht kann man hier unten. So ist das die Stelle. Glücklicherweil. So. Warte niemals zu viel, Junge. Geister sind selten hilfreich. Wieso existieren sie? Der Schnitt, mit dem man ein Leben beendet, ist nicht immer ein sauberer. Hast du andere Geister getroffen? Ja, viele. Wie waren sie so? Lästig. Ist die Welt eine Schlange, dass ein Teil ihres Körpers hier liegt? Oh. Oh, was hier so schönes gibt. Wie gesagt, nicht in allen von diesen Weltenrissen sind unbedingt Gegner, sondern aber den meisten halt. Keiner. Ist jetzt wieder so ein starker Gegner. Wir sind hier fertig. Aber, nicht noch. Klar. Aber ja, wir spielen hier auch in... Wir sind hier fertig. Okay. Ah, ne. Aber wir können nicht runter, ne? Wohlen wir auch noch nicht irgendwo? Wir können leider nicht runter. Können wir schon da hinten? Ja, wir brauchen noch nicht mal suchen. Wir können halt noch nicht lesen. Kommt noch. Hier ist noch eine weitere Revalionsfigur. Sehr schön. Haben wir vier Stück schon mal gefunden. Nicht schlecht. Gut. Gut, gut, gut. Und schon wieder fast die Folge oben war. Wie gesagt, hier unterscheidet sich dieses Spiel von anderen God of War Spielen, weil man dann doch eine gewisse Freiheit hat. Ja, und die beiden nennen sich hier die Ruderer. Aber ja, hier können wir leider noch nichts machen. Wie ihr seht. Ich wollte hier ein Fass kaputt fahren. Aber hier hinten. Aber noch hier. Leider ein Atom. Ich bin hier wieder heiß. Da haben wir noch einen Dock und Dock. Da ist Alfheim. Alfheimtom. Elheim. Und so weiter. Hier sieht man noch die Klange. Hier ist Alfheimtom. Maspelheimtom. Wachtpunkt. Hier ist Alfheimtom. Hier ist Alfheimtom. Hier sind sie neu noch. Oh, guck was hier ist. Ah, ich glaub hier füllen auch noch eine. Okay hier ist auch so n Riss vor. hier hat er auch eine jones fuhr aber schon 6 von 9 die 5 von 9 sehr schön ok das können wir noch nicht machen ja ich werde schon noch öfter sterben braucht ihr keine angst haben also das sind wir noch es gibt auch ein paar risse wo er einfach reingreifen die belohnung raus und gut ist aber das sind eher die wenigeren meist muss man schon kämpfen da sehen wir ein tor ein großes fettes tor wir werden hier an diesem strand anlegen das können wir schon öffnen da haben wir hier so eine holzbarrikade und dahinten ein weiteres tor ja die ganze schnellreise können wir wirklich erst sehr viel später benutzen also wo leitek so wieder gegen hier 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 wieder hier hier wo hier Mann, lass mich doch mal... Also so eine Gegner, die einen immer auf einer Ferne anhalten und man nichts dagegen tun kann. Ich glaube, den Wurm. Ich hasse diese Würmer. Oh, wie ich diese Würmer hasse, ey. Wurm vernichter. Tatzelwurm, ja. Tatzelwurm war ein bisschen hier. Hier. Verfluchter Tatzelwurm. Diese Tatzel... Dieser Tatzelwurm hat zwar keine Giftstache, besitzt jedoch... ...eine Drüse in seiner Kehle, mit der er Gift spucken kann. Ich weiß, echt widerlich. Das Gift ist bei der Berührung tödlich. Daher müssen wir selbst, wenn wir es für Auswahl aufpassen, nicht hinein zu treten. Genau. Die sind mega lästig. Ja. Hier mein Freund. Ach, ich meine. So. Dann als erstes sollten wir natürlich mal die Brücke da runterlassen. Weil die brauchen wir, um die... ...diese Tür hier zu umgehen. Dann geht nämlich die da... ...dahinter, das Tor. Das ist da jetzt nämlich auf. Können wir die Truhe da ausplündern. Fett mir gegenüber, Gottes Donners! Hier mein weiterer Geist. Er hat ein bisschen... ...Stunk auf Thor. Er hat einen Göttern, Nichtsgeist. Sie hören nicht zu. Verspotte meinen Rachewunsch nicht. Meine Familie betete Thor an. Doch ich will seinen Untergang. Beginnend mit der Statue über dem Grab meines Vaters. Unwahrscheinlich. Du bist tot. Gibt es was, dass wir tun können? Natürlich gegen eine Belohnung. Wenn ihr die Statue zerstört, habt ihr meinen Segen, das Grab meines Vaters zu plündern. Er ruht auf einer Insel im Osten. Warum hast du Thor so sehr? Genau. Wieder diesen Thor. Nach dem Tod meines Vaters errichtete meine Mutter die Statue über seinem Grab. Überraschenderweise sprach uns Thor persönlich sein Beileid aus. Zuerst freuten wir uns. Doch schon bald nutzte er unsere Gastfreundschaft aus. Meine Mutter bat ihn zu gehen. Und Thor tötete sie im Rausch. Mir blieb alleine meine Trauer. Irgendwann verlor ich auch sie. Und fand an ihrer Stelle nur Wut. Das tut mir sehr leid. Komm Junge. Wir zerstören eine Statue. Hier mit Thor und seinem Alkoholproblem wird im nächsten Teil noch thematisiert werden. Aber hier schön. Selten Schlangschub. Goldner Talisch meines Schutzes. Selten. Schnellere Erholung sofort aktivieren nachdem sie getroffen wurde. Verflügt auch über einen passiven Effekt der das Leitfenster für Paragraphen größer und Abwehr beim Locken deutlich erhöht. Allerdings. Er hat die Vitalität. Ja. Aber ich denke wir müssen. Die kann man nicht aktivieren. Das kann doch L1 sein. weil wir eigentlich hier schon mal und 3.000 ist sie ja die rücken sie beim schritten ein auch die wenn ich sie nachher auch noch als zweiter bis die achse noch stärker werden sie die andere nacheinander ohne Die brauchen wir auch noch unbedingt. Die brauchen wir mit den Legen. Hier ist auch eine Truhe. Die können wir leider auch noch nicht haben. Aber hier ist nicht viel Geld. Ah ne, es war ein Ding. 6 von 9. Ja, wie gesagt, Huxilber ist natürlich das Geld hier in diesem Spiel. Die Währung und so. Dann hier... Ja, die können wir noch nicht kaputt machen, die Dinger, die da so leuchten. Aber hier haben wir... Verwechselt die Torstatue meiner Mutter nicht mit diesem monströsen Schandfleck im Süden. Da holen wir jetzt hin. Ich glaub, das sollten wir schon schaffen können, um das einfach noch ein bisschen mehr zu sehen. Achso, das ist was theatriöse. Eine Art Zeichnung. Vielleicht eine Karte? Ah, Schatzkarte. Schiffskapitän Schlüssel. Schiffskapitän Schlüssel. Der Schiffskapitän lag im Bauch der Hydra. Und der Schlüssel war meiner. Ich brach zu einem neuen Land auf, aber mein Schiff versank, damit der Schlüssel erschlägt. Er schläft direkt unter den Wellen auf einem Unterwassergipfel. Da steht auch da drin, was da drinne ist. Aber wir werden schon irgendwann drüber stolpern, denke ich. Obwohl, naja, die Schatten sind hier, glaub ich, relativ gut versteckt in dem Spiel. Sieh aus einer Geschichte eine Lehre. Menschenleben bedeuten den Göttern nichts. Ich weiß, Vater. Du weißt. Aber hörst du auch zu? Ja. Gut. Ja, hier ist noch ein kleiner Schluck. Ja, ich denk mal, wir rudern noch bis zum Anlegeplatz. Sollen wir an dieser Stelle anlegen? Die dürfte, glaub ich, auch. Genau, da hinten ist Friede. Junge, hierher. Feitrgar, südlicher Außenposten des Zwergenkönigs. Zwergen? König? Ihr von einem Zwergenkönig gehört? Nein. Ruine von Weidrgard. Nichts bleibt von Weidrgard außer den Ruinen von Otsugniers Trausamkeit. Der einst ergiebige Boden ist unfruchtbar, durchdrängt von Blut der Jäger und der Gejagten. Der ehende Zwergenkönig selbst hat das Blutvergießen angeordnet. Er berief sanftmütige Bauern zu einer schlecht ausgerüsteten Armee ein. Er machte mit seiner Leidenschaft für wilde Bestien Scharen von Frauen zu würfen. Das Schloss steht noch und drinnen wartet seine tödlichste Leute auf jene, die törich genug sind, dort zu plündern. Lasst Vorsicht walten. Huch. Klingt nach einem unschönen Ort. Vater wird wohl trotzdem hin wollen, um nach wertvollen Dingen zu sehen. Das ist erst ein bisschen vorhersehbar geworden. Ich genieße es. Noch neue Orte, um ihn zu entdecken. Jepf. Von dem werden wir noch öfter hören. Von Motsugnir. Aber erst mal zu lieben Motser hier. Hey Brock, hier von einem Zwergenkönig gehört? Ihr meint bestimmt den alten Motsugnir. Der Mistkerl herrschte einmal über die Menschen in der Gegend. Hat sich nördlich von hier eine Burg gebaut. Eine Zwergenburg? Wie sieht sie aus? Ihr habt doch selbst Augen und Beine, oder nicht? Ihr solltet aber vielleicht aufrüsten, bevor ihr losgeht. Der alte Motsugnir war bekannt für seine Sammlung tödlicher Kreaturen. Keine Ahnung, wer sich jetzt darum kümmert. Brock. Was willst du denn noch? Warum habt ihr das Zeichen halbiert? Weil ich keine Geschäftsbeziehung mit diesem Speichellecker mehr habe. Ich wollte nicht, dass er es weiterverwendet und ihm ging's genauso. Die einzige Lösung war, es genau zur Hälfte in der Mitte zu teilen. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir uns einig waren. Das hat er wirklich schon mal erzählt. Was noch? Bist du eine Umarmung? Los, ziel eine! Verzeihung! Ja, warum nicht? Was ist so dagegen? Ja, warum nicht? Umrüstung? Was haben wir doch schon? Ach nee, ist die Armus? Ja, komm, wir machen sie jetzt! Oh! Wir sollen... bessere Kreaturen! Oh! Wir sollen jetzt auf... Okay... ... 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 haben und Da brauchen wir Weichenkraft dahinten. Den haben wir schon, aber halt nicht genug. Das können wir schon machen. Ja, hier seht ihr. Dann geht es auf 1 Plus erstmal hoch. Wir kriegen Zauberplatz dazu. Nicht schlecht. Die nächste Stufe brauchen wir denn noch mehr von dem Zeug. Oh. 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 Auf Glück. Ich habe das nicht verpasst. Wir haben noch das Spielset vollständig. Damit kannst du dich jetzt richten. Wir haben ja schon. Wollen wir das natürlich auch anlegen. Wollen wir noch Zauber? Wenn wir das nicht machen können. Dich austauschen. Ah, ich durfte das nicht. Aber wir werden schon mal auf. Wo sind wir jetzt? In... Your God. Ah ja, okay. Äh... Ja, meinst du, hiermit ist der Part, denke ich, vorbei. Im nächsten Part werden wir hier weiter gehen. Durch diese schmale Witze. Und... Ja, wie gesagt, außer der Tor-Statue. Aber ihr habt es ja schon gehört. Da ist noch die... Das ist noch weitere Art. Wie die Festung von den Zwergen. Motoskniere. Oder Motoskniere. Wie der heißt. Äh... Gucken wir uns das nächste Part an. Und bis dahin. Und tschau, meine Freunde. Und bis dahin. Bis dahin.